hallo willkommen zu einem neuen video heute und zwar zeige ich euch heute wie ich mich beim aufräumen und zum putzen motivieren kann ich habe da so ein paar aufräum spiele ideen wie das ganze ein bisschen unterhaltsamer gestaltet werden kann und wie es einfach mehr spaß macht und ich da mich damit viel viel leichter motivieren kann zum aufräumen und zum sauber machen und zum putzen und alles was dazu gehört glücklicherweise haben wir heute ein extrem chaotisches wohn ess zimmer küche also unser ganzes erdgeschoss sieht aus wie sau deswegen habe ich auch gerade meinem mann und den kinder gesagt bitte lasst alles genau so liegen wie es ist weil dann habe ich das beste beispiel wie ich euch auch wirklich alles zeigen kann weil wir ganz viel material heute haben zum aufräumen was gut ist genau und ich würde sagen machen wir gar nicht lange rum sondern fangen direkt an ich zeige euch jetzt erstmal grob wie es hier vorher aussieht damit ihr eine idee davon habt was wir hier vor uns haben wir haben nämlich geradezu abend gegessen und vorher wurde hier gekocht und den ganzen tag über haben die kinder hier natürlich auch gespielt die nummer eins ist von links nach rechts oder von rechts nach links ganz egal wie rum hauptsache von einer seite auf die andere seite vorarbeiten das gefällt mir deswegen so gut weil das sich anfühlt wie so ein fortschrittsbalken der so weiter fortschreitet was auch ganz wichtig ist dass alle aufgaben sich super dafür eignen die kinder dazu zu motivieren mitzuhelfen beim aufräumen und das ganze eben gemeinsam zu machen so überlegt man nämlich gar nicht was man als nächstes in die hand nimmt sondern nimmt einfach das was als nächstes dran ist bei der kommode mache ich jetzt genau das gleiche da gehe ich auch wieder von links nach rechts und dadurch ist man halt auch gezwungen sich bei jedem teil zu überlegen was man damit macht und dadurch vergisst man auch nichts so als nächstes bin ich jetzt hier in der küche und ich habe ja jetzt alles vom esstisch einfach hier rüber gestellt in die küche und da ist jetzt einiges für die spülmaschine zum einräumen und aber auch viel zum abwaschen weil die spülmaschine schon recht voll ist und dann natürlich auch hier die oberfläche der küche wischen und da zeige ich jetzt die zweite idee nämlich gegen die zeit zu arbeiten ich habe mir jetzt ein timer gestellt auf zehn minuten weil ich möchte ja auch ein bisschen ansporn haben dass ich mich auch beeile und das hier rückgezüge fertig ist und wenn ich mir denke in zehn minuten könnte das alles sauber sein dann motiviert mich das alleine schon und deswegen versuche ich auch in zehn minuten zu schaffen gib richtig gas und fang auch direkt an los geht's ab ab also die Das war's für heute. So, dann können wir die Kupfer reinigen. Musik Zitzen Zitzen, die Zitzen sind. ich bin jetzt in den zehn minuten wie ihr gesehen habt nicht ganz fertig geworden aber ich habe jetzt halt den rest noch in ruhe fertig gemacht und ich will ja auch dass es sauber ist am ende und auf jeden fall ging das alles wirklich sehr sehr schnell und die küche sieht wieder tipptopp aus bevor ich mich jetzt dem chaos hinter mir widmen und das wohnzimmer aufräumen und alles was hier noch auf dem boden verteilt liegt kommen wir zu nummer drei und zwar heißt die zehn teile in zehn minuten ja richtig zehn teile in zehn minuten aussortieren ich habe dann nachher wenn ich jetzt gleich aufräumen schon zehn teile weniger zum aufräumen und in zehn minuten das ist schon hart weil also wir sind ja permanent am aussortieren und jetzt in zehn minuten noch mal zehn teile zu finden weiß ich nicht ich schaue mal wo die haare die nerven mich abartig wenn die halb halb offen sind dass ich bin einfach nicht der mensch der gerne offene haare trägt aber egal so 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 Okay. Okay. Ich hatte zwar jetzt noch knapp zehn Minuten, nee, zwei Minuten Zeit, aber ich war jetzt erstmal durch und ich habe wirklich genug Sachen gefunden. Ich habe jetzt hier ein bisschen sortiert zwischen hier einmal Müll, das zählt jetzt nicht so aussortiert, weil das ist Müll, das kommt sowieso weg. Und hier habe ich jetzt Sachen, von denen ich mich jetzt trennen kann. Das sind alte Spielsachen. Ich zeige mal kurz grob, was ich gefunden habe. Und nicht wundern, weil der Esstisch, der ist noch dreckig, den haben wir ja noch gar nicht gewaschen. Also hier, das sind einmal gebastelte Sachen von den Kindern, hier auch, das sind gebastelte Sachen, die aber vielleicht auch nicht, also nicht mehr so gut funktionieren. Dann habe ich hier noch eine Karte. Ich habe da drüben auf dem Müllhaufen noch mehrere Karten. Eigentlich kommt die rüber. Dann habe ich hier einen Gummihüpfball, der kommt auf jeden Fall auch weg. Das ist für mich so das Spielzeug, was ich überhaupt nicht mag, weil das bei mir absolute Ängste, was Verschlucken und so weiter angeht, auslöst. Deswegen, das kommt auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier auch noch zwei Spielsachen aus dem Kindergarten. Hier ist auch eins kaputt. Deswegen, die kommen jetzt einfach weg. Da ist auch noch was gebasteltes, was ein bisschen kaputt ist. Das war in einem großen Überraschungseil. Nee, auf jeden Fall ist da ein bisschen Lego drin, was auch nicht mehr vollständig ist. Das kommt weg. Das ist so ein... Ja genau, mit diesem Spielzeug haben wir diese Bälle gemacht. Dann hier habe ich noch mal kurz einen Blick in den Spieleschrank geworfen und habe dieses Spiel gesehen und habe mir gedacht, das haben wir so lange nicht gespielt, wir haben absolut keine Lust mehr auf das Spiel. Deswegen kommt es weg. Vom Kinderstuhl haben wir uns hier von dem Babyteil hier getrennt. Dann, hier ist auch ein Bild von meinem Sohn, was ich auch weg tue. Er möchte es auch nicht in seinem Zimmer aufhängen, deswegen kommt es weg. Und dann habe ich hier noch Schonglierbälle, die wir jetzt schon länger kaputt hier rumliegen lassen und wo ich nicht weiß, wie man die reparieren soll. Also die haben halt überall offene Stellen und da fallen dann diese kleinen... Ja, die Füllung fällt dann halt raus mit der Zeit. Ich kann ja mal grob durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann noch die Bälle. Elf. Also ich habe einiges gefunden und ich dachte eigentlich, dass ich schon voll viel hier unten aussortiert habe und, oh Gott, hier sieht man es, hier fallen überall die Kügelchen raus. Ja, also ich dachte, dass ich hier schon echt gut aussortiert habe, hier unten im Wohnzimmer und so weiter. Und jetzt habe ich noch nicht mal zehn Minuten gebraucht und habe elf Sachen zum Aussortieren gefunden. Ja, also deswegen finde ich echt ein guter Punkt. Und wenn ich mir so einen Timer setze mit zehn Minuten, dann nehme ich mir die zehn Minuten oder jetzt waren es acht, dann nehme ich mir die Zeit auch und gucke wirklich in Ruhe, was kann weg und was, ja, was kann weg. So, das Teil heben wir natürlich auf, weil wir den Stuhl ja irgendwann auch weitergeben wollen. Und deswegen packe ich das hier bei uns unter die Treppe, wo es keinen stört. So, und jetzt werde ich endlich das Wohnzimmer aufräumen und zwar mit der Nummer vier. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie die Nummer eins, wo ich von links nach rechts aufgeräumt habe. Und zwar mache ich das jetzt hier im Uhrzeigersinn, weil, also manchmal mache ich das auch, dass ich in einem Zimmer, wenn ich ein Zimmer aufräume, was vier Wände hat. Dann mache ich eine Wand, fertig, dann die nächste Wand, dann die nächste Wand, dann die nächste Wand. Und so ähnlich mache ich das jetzt hier, dass ich einfach hier vorne anfange und dann hier einmal rumgehe durchs Wohnzimmer, dass ich nicht das Gefühl habe, einfach immer hin und her zu rennen und, oh, das ist so viel und das Chaos ist so groß. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Und fertig. Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass das total schnell ging. So, jetzt ist es schon relativ spät und ich habe auch schon einiges geschafft. Das Wohnzimmer ist wieder richtig schön. Aber es gibt noch so mehrere kleine Aufgaben, die noch zu erledigen sind jetzt gerade. Wie man gesehen hat, muss ich noch den Tisch wischen, Staub saugen, dann das Katzenfutter sauber machen, die Garderobe aufräumen. Dann habe ich was vergessen und den Müll rausbringen. Und das sind jetzt so mehrere kleine Aufgaben und dafür habe ich mir noch die fünfte Sache eben überlegt. Und zwar Aufgaben ziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Zettel und einen Stift und mache mir jetzt aus meinem Zettel so viele kleine Zettelchen, wie ich Aufgaben habe. So, nämlich in dem Fall sechs Stück, die ich brauche. Und dann schreibe ich mir auf jeden Zettel eine Aufgabe drauf. Es reicht ja stichpunktartig, einfach, dass ich weiß, welche Aufgabe dran ist. Also Staubsaugen, Treppe, Katzen, Futter, Garderobe, Müll und genau, wischen. Also ich ziehe jetzt die erste Karte. Hier nehme ich die. Wischen. Ja, das passt ja ganz gut. Die anderen lasse ich jetzt hier, die lege ich mal kurz hier runter. Aber ich habe jetzt hier wischen gezogen. Das heißt, ich wische jetzt einmal den Esszimmertisch und die Kommode und dann noch den Wohnzimmertisch. Ich wische hier ja jetzt nur die Oberflächen. Den Boden zu wischen würde natürlich keinen Sinn machen vorm Staubsaugen. Sorry für den Autofokus, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was er da macht. Er macht, was er will an manchen Stellen, dafür sorry. Gut. Wischen ist fertig und dann darf man das auch zerreißen oder zerknüllen. Es ist so ähnlich wie eine To-Do-Liste abzuhaken. Und als nächstes, genau hier sind meine anderen fünf Aufgaben, dann ziehe ich jetzt Garderobe. Okay. An der Garderobe entsteht meistens immer ein Kuddelmuddel, weil die Kinder ihre Sachen irgendwo aufhängen und deswegen räume ich da eigentlich immer alles einmal komplett runter und dann wieder jedes an seinen Haken, wo es hingehört. Das ist jetzt auch wieder so ein Kandidat, was sofort in den Müll einmal kommt. So und auch die Aufgabe ist erledigt. Und jetzt ziehe ich die Treppe. Und jetzt ziehe ich die Treppe. So, es wird schon immer weniger. Die Treppe ist fertig, das heißt die Hälfte ist schon geschafft. Und jetzt nehme ich mir Staubsaugen. Dringend notwendig. Die Treppe ist die Treppe, die zu betrachten. Und jetzt muss ich auf der Korre ** vier Getreue. iv reappeобр Musik Musik Und wenn ich eh gerade schon dabei bin, dann sauge ich die unteren Stufen von der Treppe auch gleich mit. Den Staubsauger lasse ich gleich da stehen, weil den brauche ich gleich noch für die Katzenfutterstelle. Und die vorletzte Sache ist Müll rausbringen. Musik So, die anderen Mülleimer sind noch nicht voll, deswegen ging das jetzt ganz schnell. Also auch erledigt und die letzte Sache ist dann das Katzenfutter. Musik 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 Für das Abspülen von den Katzensachen haben wir natürlich eine eigene Bürste und einen eigenen Schwamm und Lappen und so weiter. Alles hier unten im Schrank. Musik Musik Und jetzt kommt gleich der am meisten unsatisfieigen Moment vom ganzen Video, wo ich nämlich beim Abspülen von diesem Teil die halbe Küche wieder komplett nass spritze. Aber macht nichts, ich mische das auch gleich alles wieder auf. Musik Musik Und jetzt kommt gleich der am besten. So, mittlerweile ist jetzt auch das Katzenfutter erledigt und das heißt, ich bin mit allen meinen Aufgaben durch und hier sieht es wirklich wieder wunderschön aus zu Hause, so dass man sich wieder wohlfühlen kann. Mittlerweile ist auch der Rest der Familie wieder da und es ist dunkel draußen und ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Normalerweise würde ich natürlich nicht so aufräumen, sondern wenn ich es jetzt normal aufgeräumt hätte, wäre ich jetzt ein bisschen schneller gewesen, aber ich wollte euch halt jetzt zeigen, dass es so ein paar Ideen gibt, wie man das Ganze halt etwas spielerischer und irgendwie anders nochmal angehen kann, wenn man in dem Moment nicht so viel Lust hat zum Aufräumen. Vielleicht hilft einem das ja dann so ein bisschen, sich zu überwinden. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich in den Kommentaren unten wissen lasst, ob ihr auch noch Ideen habt oder irgendwelche spielerischen Herangehensweisen ans Aufräumen und Putzen, weil da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr und da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen, wenn wir die untereinander teilen. Deswegen, also ihr habt jetzt meine fünf gesehen und ich bin auf eure gespannt. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr es euch immer gut gehen lasst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! H� Bis dahin! gadget abos ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020